Ihre Flotte in besten Händen. Mit einem einzigartigen Leistungsspektrum geht die Identica Geiger GmbH an den Start. Im Verbund mit dem Identica-Netzwerk bietet der Experte einen Full-Service in puncto Lackier- und Karosseriebauarbeiten, Unfallinstandsetzung und dem kompletten Schadenmanagement. Privat- und insbesondere Gewerbekunden wie Firmen, Autovermietungen oder Leasinggesellschaften nutzen ein Rundum-Sorglos-Paket, das höchste Anforderungen erfüllt. Ein versiertes Fachkräfteteam garantiert strukturierte sowie prozessoptimierte Reparaturabläufe, die unter der Leitung von Dieter Geiger perfekt realisiert werden. Handwerkskunst, Know-how und digitale Technik bilden Synergien, die sich in allen Arbeitsfeldern von Identica Geiger widerspiegeln. Von der digitalen Karosserievermessung über elektronische 3D-Spur- und Achsvermessungen bis hin zu allen Instandsetzungsmaßnahmen, Vorbereitung, Rückverformung, Lackierung, Endmontage und Endkontrolle. Kunden profitieren von Zeit- und kosteneffizienten Lösungen in Premiumqualität. Bundesweit kundennah. Durch die Kooperation mit über 150 inhabergeführten Identica-Werkstätten bietet Identica Geiger einen bundesweiten Aktionsradius mit exklusiven Leistungen, wie zum Beispiel Mobilitätsgarantie, Hol- und Bringservice sowie allen versicherungstechnischen Regulierungen. Identica Geiger. Von der Schadenaufnahme bis zur erfolgreichen Abwicklung. Unabhängig vom Schadenort. Alles aus einer Hand.